Hallihallo zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft von der Sommer. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, in Staffel 2 und schauen mal. Ja, was habe ich denn hier? Ich muss mal eben gucken. Da muss ein Fußboden rein und irgendwie auch mobile und eine sinnvolle Raumnutzung. Ähm, das hier, die Ecke hier, gefällt mir noch nicht. Da muss ich noch was machen. Draußen ist auch noch einiges zu tun und, ähm, da werde ich mich noch mal kurz umschauen. Äh, wo was hatte ich denn hier? Ich hatte einen kleinen See angelegt, äh, einen kleinen Fluss vielmehr, ein Wasserfall, eine Brücke drüber gebaut und ich glaube, ich wollte einen Weg zu einer Höhle, äh, anlegen. Und in jedem Falle brauche ich, äh, Sand und Baumaterial, Cleanstone. Und, äh, Sand habe ich nicht mehr arg so viel. Ich glaube, auch in meiner Erde Sand und Gießkiste ist nichts mehr drin. Ähm, habe ich noch eine Schaufel, weil ohne passendes Werkzeug ist das auch nicht so viel. Also muss ich erstmal ein paar Sachen wieder loswerden. Das war Futter. Den behalte ich mal da und nehme noch ein paar mit. Und Kabel werde ich im Moment nicht gebrauchen. Äh, äh, Pflanzen, 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 Pflanzen. Da, da, da und da. Ähm, die Fische... Sind noch nicht gebraten. Ich packe sie trotzdem in die Futterkiste. Ich habe ja jetzt zwei Katzen. Und ich wollte, anstatt draußen Steinstufen zu verwenden, wollte ich, soweit ich weiß, Holzstufen verwenden. Und das mache ich dann jetzt auch und packe die vorhandenen Steinstufen mal in. Das Baumaterial ist richtig. Äh, hier hinein. Und wir hatten mir ganz nebenbei nochmal eben ein paar... Ähm, ein paar... Ähm, ähm, hier Dingens. Ne. Treppen, Stufen, Craften. So. Das soll es erstmal sein. Habe ich noch mehr von dem Holz. Was sich gerade auffällt, ist... Ich habe... Moment mal bitte. So. So ganz tonlos wollte ich das nicht. Ich habe noch die Möglichkeit. Äh, ich nehme es einfach mal mit hier. Ich weiß gar nicht, wie viel Steinsch... äh, Holzstufen ich brauche. Ich lasse es erstmal bei der Menge. Und ich wollte mir noch Werkzeug bauen. Wobei ich denke, für Schaufeln reicht ausnahmsweise auch mal sowas wie eine Steinschaufel. Äh, ein, zwei, drei, ein, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zack. Das muss... Dahin, dahin. Das ist okay. Treppen ein, weil im Inpertag reicht. Ein bisschen die Übersicht hier reinpacken. So, so, so. Ja, ein halber Tag ist wahrscheinlich schon verdattelt mit Nichtstun außer Ordnung schaffen. Wie unnütz. Ha! So, aber wenn ich jetzt schon mal den Lagerraum hier extra gebaut habe. Äh, hier ist irgendwie mir neulich mal ein Creeper über den Weg gelaufen. Das heißt, ich mach hier nochmal ein bisschen Beleuchtung rein. Hier war wohl ein Zombie unterwegs. Was auch immer er da wollte. Dit hier will ich irgendwie zum Teil wenigstens noch aus Stone bauen. Und dat mach ich jetzt auch. Eins, zwei, drei. Immer in der Hoffnung, dass mir da... Ich das Wasser... Ha! Super! Wieder ein zu viel gesetzt. So, den will ich dann auch mal eben. Zack. Den. Den. Ich hoffe, dass das nachher im Ergebnis so aussieht, wie ich mir das gerade vorstelle. Das war jetzt nicht das vorgestellte Ergebnis. Aber also... Entschuldigung, meine... Stimme scheint gerade etwas brüchig zu sein. So. Also auf jeden Fall muss hier etwas mehr Felsen her. Ähm... Da. Nein, da war der nicht. Oh Mann. Jetzt ist aber auch hier Holland in Not. So. Und der war da. Jetzt ist das hier trotzdem zusammen geflossen. Geflossen. Na, das geht aber so nicht. Nein, nein. So. Schauen wir mal. Ich glaube, so war es ungefähr. Ne. So war das auch nicht. So ein Mist. Ich habe mir den Wasserfall verhauen. Das ist ja doof. Ach ist das. Ach. Ach ist das doof. Ich habe so lange dran gesessen, bis der End nicht so geflossen ist, wie er sollte. Ah. Und jetzt sowas. Na, ich probiere es mal, ob ich das irgendwie so hinkriege. So. Wäre ja gelacht. Äh. Mist. So sollte der auf jeden Fall nicht fließen. Was habe ich denn da? Der soll nicht so weit. Mann. So. Jetzt aber. Zack. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorhin verbaut hatte. Jetzt habe ich auch schon wieder mein Konzept verloren. Ah. Wie doof. Na, aber ich glaube, der Weg ist ein guter. Der Weg ist ein guter. Ich mache das jetzt auch mal einfach hier mit. So ein bisschen Clemstone. Schadet immer nie. Und ich will das hier so ein bisschen felsiger haben, weil ich das einfach für so ein Höhleneingang, auch wenn es so ein quasi so ein selbstgebauter Höhleneingang ist, irgendwie besser finde. Hier drin, ah Mist. Hier drin möchte ich eigentlich gar keine Erde mehr haben. Zumindest nicht in dem Maße. Nicht so viel. Ein bisschen, ein bisschen kann man lassen, aber muss eigentlich auch nicht. Also, was ich an Clemstone habe, werde ich auch einfach mal verbauen. Ey. Das ging aber fix. So. Hier noch. Da noch. Und vielleicht mal außen so den äußersten noch. So als... Ne, das ist auch blöd. Zack. Den auch noch. Ein bisschen felsiger, das Ganze hier. Dap, dab. Dap, 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 dap. Ist aber gar nicht notwendig gewesen. So. Ich glaube auch da drunter mache ich mal Clemstone. Soweit es denn geht. Stop. Opsala. So. Den machen wir auch noch. Den. Oh, ich habe gar keinen mehr. Juuu. Weiter damit. Ich hoffe ja immer, dass ich die auch richtig setze, weil sonst ärgere ich mich nachher nur. So. So ein bisschen Erde ist ja immer okay. Aber nicht so viel. Den finde ich auch noch. Den. Den. Opsala. Alla. Nicht da rein. So. So. Kann ich den auch noch setzen? Den kann ich gar nicht setzen. So, aber nun. Ah, das ist natürlich jetzt ohne Werkzeug ein bisschen zeitaufwendiger. Mal gucken, ob ich drauf gehen kann dabei. So, Luft. Ja, ich hatte ja in meiner To-Do-Liste Terraforming drin. Ich würde sagen, das kann man durchaus einfach mal als Terraforming bezeichnen. Zeitaufwendig ohne Ende. Und mit ganz minimal sichtbaren Ergebnissen. Und reicht mir auch immer noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen mehr machen. So, den muss ich wohl da setzen. So, irgendwo hatte ich da noch welche gesehen. Ich will da gar nicht runter. Ich will da nicht runter. Ah, ich will da nicht runter. So, zack, bitte. Und den bitte auch noch. Den kann ich wahrscheinlich nicht setzen. Das war jetzt nicht ganz so schlimm. So, hier noch einen. Da einen. So, das sieht jetzt nicht schön aus. Aber anders kriege ich das jetzt auch nicht hin. Der kann da bleiben. Ja, das Wasser hat die ganze Erde da runter gespült. Das ist doch schon mal ganz gut. Und da möchte ich glaube ich auch noch mal kurz ein bisschen kleine, 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 wie heißt das Ding? Wo war's? Ne, den nicht. Den und. Den und. Oh. Den und den nächsten auch noch bitte. Den. So. Ja. Ja. Hier auch noch was. Ja. Den. Ah, das ist schon. Stone. Ist denn da auch überall bitte Stone drin? Ja. Obwohl. Schön. Und den wieder auch noch. Zack. So. Wieder ein Tag verdattelt hier. Das ist mir hier zu viel. Der muss weg. Da her setze ich mal einen rein. Da ist einer. Ne, den wollte ich nicht. Sondern den Da noch ein Nein Richtig treffen ist wichtig, Herr Sommer So, zack Ähm Da gerne auch noch eben Wo es da anfängt zu fließen Da können wir auch ruhig etwas hören Aber jetzt vielleicht weiß ich nicht Äh, machen wir den dann mal weg So, hier auch noch irgendwo Schön Steinchen setzen Da Und da Und irgendwie will ich hier noch ein bisschen Äh Übergang schaffen Ja, es ist jetzt auch schon ein bisschen dunkel hier, aber Naja, gut Da muss ich jetzt irgendwie durch Muss ja auch nicht mehr ganz Ganz lange hier Tut ja gar nicht Not So Und da vielleicht noch ein So So, ab nach Hause Ab nach Hause Gezücktes Schwert Falls hier unterwegs irgendwelche Kreaturen auftauchen Oh la 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 So Ein Schlüppchen trinken Ah Undurstig und ausgeruht aufgewacht Ja Ja, ich finde Ihr könnt ja einfach mal bleiben Lup Habe ich eigentlich auch noch ein vernünftiges Schwert Ja Hier, das gefällt mir auch noch nicht Das muss ich auch noch mal ändern hier Das geht ja gar nicht Und dann Habe ich den Zaun jetzt bitte aufgenommen Gebt mir mal bitte den Zaun zur Hand hier Zack Und meinetwegen noch einen So Dann machen wir das da auch mal eben noch anders Äh Das Mut weg Das Mut weg Mutter weg, du Mutter weg So Nein Äh Klar Mit dem Mausrad Die Dinger auswählen Hm Bin ich auch nicht so perfekt drin Ja Ich finde das Ja Ein bisschen nach oben könnte man noch Man kann es aber auch einfach so lassen Weil das ist schon ganz okay Ähm Noch den einen oder anderen Akzent setzen hier Zum Beispiel da hin Und zum Beispiel Hier noch So Das ist ganz so Ah Zieht Und Da So Äh So Da noch einen Und Da Und Da Und Da Und Da Und Und du kommst meinetwegen auch noch eben Und du Zack Ein bisschen das ganze Soll aber auch reichen Ich versuch da mal bis zum Ende des Tages Bis es dann wieder abend wird Versuch ich jetzt mal irgendwie hier Äh So Zack Ja Darfst du auch noch Stein werden Du auch Kommt da noch einer rein Zack Kann ich auch rüberjumpen Ja Das ist doch schon Das ist ganz okay So Ich war bei dem Weg hier Gibt es hier irgendwo noch Seeds Ich brauch ja auch Seeds für den Bergbau Ackerbau nachher Äh Lalalalalalalalalala Lass ich das aus Holz Ich glaube das lass ich nicht aus Holz Aber das muss jetzt auch mal eben nicht sagen Da Für den Weg lang So Hier wollte ich austauschen Die Steinstufen Gegen Holzstufen Ja Finde ich besser Ich hoffe die Spitzhacke macht das noch einen Moment lang mit Diese vier Hätte ich gerne wenigstens noch weg Das scheint zu klappen So Und Die zwei werde ich wohl nicht mehr schaffen Ach das sind auch noch vier Okay Naja Was soll's Doppdi-duppdi-dupp Dopp-dupp-dupp-dupp-dupp Eins, zwei, drei, vier Muss ich hier noch ja irgendwo noch Fackeln und sowas setzen Sollte aber machbar sein Also kein allzu großer Aufwand Auch hier wieder Zack Zack Und Bis hier hin Und nicht weiter Bin ich beim letzten Mal Dann gekommen Zack Zack Und jetzt muss ich irgendwie in die Richtung Will ich ja auch gerne machen Will ich ja gerne machen So Ah da ist wieder so'n Ding was mich stört Irgendwo da in dem Kippisch Ach es sind sogar zwei Das geht schneller mit der Axt als mit der Schaufel Die Axt sollte ich schonen So Doppdi-dupp So Ach man Äh Da Da will ich nachher Sand Ich sollte auch noch mal Erde irgendwie in die Hand nehmen Wir haben hier Subdi-dupp So Erde 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 Was wollte ich denn jetzt hier? Bitte, 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 sag mir, was ich wollte. So, ungefähr hatte ich mir das, glaube ich, gedacht. So, jetzt in die Richtung. So grob wenigstens. Ganz grob in die Richtung. Hier soll's sein. Sand, 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 Sand. Ich bin der Sandmann. Na, ich hoffe nicht, dass das wirklich so langweilig wird, dass ich hier jetzt dafür verantwortlich wäre, dass ihr alle einpennt. Äh, das wäre mir ja ein bisschen tatsächlich unangenehm. Das haut wohl hin. So. Ja, 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 ja. Da, da, und dann da bitte nochmal. Wo muss ich denn? Jetzt muss ich auch eine scharfe Biegung nach rechts machen. Dabei stören ja schon wieder diese Stumpen. Zack, da ist noch so ein Teil. Zack, ist da noch so einer? Ja, aber das ist, der hängt am Baum ein. Boah, was ist denn hier los? Das muss alles verschwinden. So, das verschwindet dann auch gleich. So, dann in diese Richtung. Und dann machen wir auch ein bisschen gerade. Wir müssen nicht übertrieben schwungvoll das Ganze machen. Ein bisschen gerade geht ja auch mal. Glaube ich. Den könnte ich da nochmal wieder hinsetzen. Da und da soll es weiter gehen. Hier kommt, äh, die Treppe hin. Und aus irgendwelchen Gründen will ich neben der Treppe immer Erde haben.